Also Margot, wenn ich fragen darf, oh schau, da kommt noch einer. Servus. So, was hältst du so von dieser Tour? Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja? Ja, weil normalerweise bin ich nicht so gewohnt, oder habe Angst vor dem Berg, so ein bisschen zum Laufen, aber das war heute richtig angenehm. Toll, hat mir gefallen. Was findest du bis jetzt am schönsten? Die Ruhe und die Aussicht ringsum. Wunderbar. Wunderbar, oder? Und bei dir, Hermut? Ja, eigentlich genauso. Ich genieße die Ruhe. Und ich muss, wenn ich jetzt bergauf gehe oder bergab, habe ich viel Rede, ich genieße es einfach. Aber wir treffen uns heute auch wirklich, oder? Wenn Wetter ist. Ja. Unglaublich schön. Da ist der ein. Würdet ihr das empfehlen? Andere Gäste empfehlen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ja, kommt darauf an, wie die Kondition ist. Aber so wie wir, ja, auf jeden Fall. Die führten Touren sind gut. Besser, wie wenn man eigentlich alleine so geht, würde man fast sagen. Was ist der Unterschied? Man kriegt viel erklärt. Ja. Man braucht nicht so auf den Weg achten. Man muss nicht so, ja, genau. Man kann immer einem hinten dreilaufen. Es geht nicht in Gefahr, dass man falsch läuft. Hofft ihr? Ja, ja. Ihr weißt ja nicht, ob ich falsch gelaufen bin, ja oder nein. Aber bis jetzt war es okay. Ja, super. Danke. Danke.